Die Wahrheit ging durch die Straßen der Stadt, denn sie wollte zu den Menschen kommen. Sie war nackt und bloß, und die Menschen flohen vor ihr. Sie versperrten ihre Häuser, sie versperrten ihre Herzen vor der Wahrheit. Das machte sie sehr traurig. Und als sie wieder einmal durch die Straßen der Stadt ging, um zu den Menschen zu kommen, da begegnete sie der Fantasie. Wahrheit, warum siehst du denn so traurig, so betrübt aus? Ach, ich bin alt, und darum mögen mich die Menschen nicht mehr. Oh nein, nicht weil du alt bist, mögen dich die Menschen nicht mehr. Ich will dir ein Geheimnis verraten. Die Menschen lieben es, wenn man in prächtigen Gewändern zu ihnen kommt. Mit Gold und Silber, mit Perlen und Geschmeide, mit seidenen Tüchern und bunten Federn. Und damit nahm die Fantasie die Wahrheit lachend bei der Hand. Und seitdem gehen sie gemeinsam durch die Welt und nennen sich Märchen. Und sie sind in den Häusern und Herzen der Menschen ein gerne gesehener Gast. Und sie sind in den Häusern. Untertitelung. BR 2018